Naja Alter, ihr seht wirklich 1 zu 1 gleich aus, wisst ihr das? Bis jetzt auf die Maske von Yvonne, aber so generell Okay Jetzt will ich ja Ui Oh Gott, deswegen ist es das denn hier Wenn ich jetzt aber wisst, was ihr hier 3, was das hier wird Also wenn Yvonne schon fragt, was getrieben wird, dann soll ich schon was heißen Ui, ui, ui Ja So fast wie ein Parcours, jay Das ist ein Verwandlungsrennen, okay Oh, Alter Naja, oder auch nicht Okay Das ist dein definitiv ein Parcours Tschüss Tschüss Au 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 Ui 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 Okay Alright Ja, viel Spaß Das war die Scheiß Das war's Das war's Das war's Das war's Ja Sag mal bitte nicht, dass das Ding oben ist irgendwo Die wird sind Ja, ja Okay Okay Du musst aber echt, da muss ich Glück haben beim Fallen Jetzt bin ich wegen Baby abgestürzt Das wolltest du doch schon immer Ja Ja Das ist doch wirklich, ähm, ich sag's nicht Das war die Scheißröhre zu schaffen Das ist wahrscheinlich die Kunst an der Sache Nein 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 Oh Mann Irgendwie hat's hier alle fest oder was? Nö, ich bin schon beim nächsten, äh Du bist da durch? Ja Bist du da einfach reingefallen hast? Nö Ich hab einfach, du darfst, ich hab immer nur Gas angetippt, du darfst nicht Vollgasform Ach, jetzt verstehe ich gerade, das wird ja immer schlechter Ja, okay, jetzt verstehe ich das Ding, auch Gott, ey Ja, gut Ich hab mir gewusst Ich hab mir nicht gefangen, ich hab mir nicht gewohnt Ich habe mich mit runtergenommen Ich war schon in der Mitte, da bist du von oben, woher ist mich schon geholt okay hätte ich gewusst dass das so ein rennen das hätte ich nicht genommen aber nein ja geil dankeschön für diese ich habe mich heute mal wieder raus aus der röhre und schon wieder drüber ich obwohl ich grundprinzipiell sagen muss da hat man schon echt schlimmere von solchen das ist aber wieder so ein ding wo der ich nicht weiter kommst so runde 2 ich würde rund zwei Uhr krieg ich einen kotzt und voll wo seid ihr denn immer noch bei dem ach man ich hab nur rollen und der haut dann trotzdem noch oben ab der rutsche nach oben weg geschafft ich hab die nur rollen lassen du musst dir rollen lassen baby und dann mit dem stick immer wieder dass der gerade jetzt habe ich dass ich doch mal da hoch muss muss ich nicht okay ich war halt runter da kommt sie von oben angesegelt und haut mich voll weg ja das hatte man ja auch schon geschafft das hat bei mir auch schon geschafft wo willst du dahin wo willst du aus der grüne röhre weiter warte ich erklärte gleich wenn ich angekommen bin ja alles klar ich verstehe es einfach oben über die grünen weiße röhre drüber genauer ja ja ich bin auch geschafft ja ja wie gesagt einfach nur mit dem gar nicht folglich gas geht sondern rollen lassen scheiße runde zwei von drei aber wie gesagt da hat man echt schon schlimmere von solchen rennen ja man muss es nur ein bisschen verstehen dann geht es eigentlich ich dachte bei der röhre ist einfach nur bei dem dinge hat einfach nur runterfallen und bisschen glück haben aber dass du das wort wolding ist muss ich nicht du hast du schon vor dreieinhalb minuten wie soll ich das kriegst du nie aufgeholt das ist lang wo bist du bei dem wo die grün weiße röhre ist außen drum herum drauf an dem zelt quasi rechts vorbei so ein bisschen und dann hohe und dann außen über die röhre form ja aber bei dem wenn du die weiße röhre da hast du musst du eigentlich mehr weniger was dach waren das ist eine kleine spirale und dann dreht sind richtig ja ich weiß ich muss nur ich weiß mit spiralen kids baby sich aus hahaha ich muss noch mal sagen wir wollen ja bei dem crash gerade da in dem war weit zusammen ja als ich sagte du sollst mich mal runter holen da habe ich das anders gemeint als dass du mich da runter rettet das hat aber das hat man mir war eben auch schon geschafft dass wir im unterrollen im unterholen und das war keine anspielung ist nur bei mir so du hast ja gesagt die soll die einen runter holen also von daher aber ich werde ich da nicht warte mal gerade wird wie gesagt bei dem bei dem wohnheit musste ich nur rollen lassen der helft von automat alleine direkt beim ersten mal geschafft nein das ist deutschland konnte es ist ein lieb Oh, Alter, von dieser Scheißdreckskante. Nein, 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 ich will nicht runter, ich will nicht runter, nein, ich will nicht runter, nein. Das ist die Fahrt, du fällst da vorher runter. Jetzt habe ich sie. Falsche Richtung, will ich verarschen? War dieses ewige falsche Richtung, das irritiert. Nein, oh, ich bin noch einer Kante hängen geblieben. Oh, du scheiße. Das ist nur, weil der hinter dir ist. Nein, es ist irritiert, das irritiert unnormal. Irgendwo ist jetzt keine Überraschung. Ich bin dafür, dass wir in den Plädis weniger Rennen fahren. Dann haben wir auch mal eine Chance. Oh, ich habe noch eine Scheißrunde. Vor allem Kev, ja. Hä? Ich gucke gerade hier die Liste an. Beste Rundenzeit, ja. Meine 3,53. Deine, warte. Ich will es gar nicht wissen, sechs Minuten bestimmt irgendwas. Warte, deine 5,48. Jetzt, Baby, 12,54. Ja, liegt aber daran, dass, wie gesagt, die eine Runde da so ewig gedauert hat. Und Baby, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob sie noch in der 2. oder 3. Runde ist. Die ist schon in der 2. Runde, sonst hätte sie ja keine beste Runde Zeit. Ja gut, okay, das muss ja. Ich bin jetzt in der 3. Nein. Das ist ja. Also, das möchte ich dir mal lassen, das war gerade, äh, ja, ein sehr geiler Stunt-Baby. Das muss man dir mal lassen. Auch wenn es nicht so gedacht ist, aber das kann man auch so machen, ja. Jetzt hättest du mal gerade, jetzt, und jetzt verkamst du es, und, oah. Du hättest das gerade sehen müssen, Kev, Alter, da kann man uns eine Scheibe von Baby abschneiden. Hä? Äh, du weißt doch, da, wo man dann praktisch von in der Röhre auf die äußere Röhre fahren muss, ne? Ja. Du weißt, wie Baby gerade den Übergang gemacht hat. Keine Ahnung. Und von in der Röhre hat die einen Salto gemacht und ist dann nach einem Salto auf der äußeren Röhre gelandet. Hm. Also, man kann es auch kompliziert machen, wenn es eigentlich einfach geht. Das ist immer eine reine Interpretationssache. Ja, sie ist ja eine Frau, also da ist was doch. Ich meine, für Frauen ist doch was, was die Männer sagen, immer eine Interpretationssache. Wann mal gerade kurz, ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren wegen dieser Scheiß-Wall-Weid. Diese Spirale. So, jetzt. Ja, jetzt, wie gesagt, wenn man einmal weiß, wie es funktioniert, schaffst du die auch beim ersten Mal. Hm. Ich habe die jetzt zweimal bei dem zweiten und dritten Röhre, habe ich das erste Mal. Oh nein. Aber danach, das Ding ist, ich vergesse, dass ich da hoch. Hätte auch gut gehen können. Es war auch so nicht gedacht gewesen, aber man hätte auch klappen können. Nee, ja, das ist es halt. Ich muss halt da hoch erst mal aufs Dach. Du musst höher ansetzen. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Schweiß. Ach man, diese Dreckskarte dort. Okay, das ist voll Salz. Keine Ahnung, der ist komplett weggebrochen gerade. 90 Grad Zeit. Passt. Oh, oh, das war auch nicht schlecht. Na, der kommt da oben. Und sie ist praktisch jetzt hier, wo du jetzt gerade bist, Kev, ist sie aber links hoch die Wand und hat sich in der Luft getreten und ist wieder oben drauf gelandet. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat. Nein, 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 mach ruhig, mach ruhig nochmal, aber ich weiß nicht, wie sie das gerade, wie sie das geschafft hat. Also das sah sehr interessant aus. Das war's. Das haben wir oben weggebrochen. Das ist das Problem. Ich muss da hochkommen. Das war's. Boah, ist ja drin ey. Boah. Wie dieses Schildsichtes gewesen wäre, wenn ich weggebrochen bin. Du musst vom Gas gehen mal ein bisschen. Du kannst und ich meine, wenn du da oben drüber geht, vom Gas gehen ein bisschen. Da hast du mehr Kontrolle. nee der hat da keine lust drauf der bilder wieder runter du links nach links und er geht nach rechts weg vom gras gehen mussten stück vom gras gehen ich habe den gerollt ich habe den rollen lassen ich habe nichts gemacht wie lange ich nicht noch was gewesen ich habe da links weg gelenkt und er gibt mir da komplett rechts weg ganz oft ja baby jetzt hast du nicht so zeit die abläuft ja 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 so gut nicht immer mit dem kopf irgendwo durch naja ist hier vorbei zwei minuten wenigstens langsamer so über lebenskampf